Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worms Battleground. Heute geht es weiter mit Worms Ops by Rock and Lake Bewegung und Bewegung. Mal gucken wir mal, wir haben das hier gestern schonmal oder vorher, je nachdem wir ein paar rauskamen. Haben wir hier auch schonmal gehabt. Haben wir das ja nicht geschafft, jetzt müssen wir mal gucken. Temple Guards are either polypaid or forced. Hat der Unsinn in der Stadt, da kann ich ja hin. Stimmt. Das ist ja, ich habe ganz ehrlich, wo ich das gestern gemacht habe, je nachdem, wo ich das das letzte Mal gemacht habe, habe ich die Steine da oben gar nicht gesehen, deswegen habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich da hin kann. Sonst wäre ich ja vorher schon auf die Idee gekommen. Einmal weil, jetzt habe ich die gar nicht gesehen. Jetzt habe ich richtig geguckt, jetzt habe ich... Jetzt habe ich nicht gesehen, jetzt habe ich richtig geguckt, habe ich sie gesehen. So. Hier wochen wir auch. Dann dürfte ich es vielleicht schon gegessen sein. Ja. Ja. Äh. Ist ja gar nicht so schwer. Hier wochen wir auch gleich wieder. Hier wochen wir auch. Da drückt. Das hat gut. Das ist gut. so haben wir es schon geschafft haben wir nun mal ein nächstes dann gucken wir ob wir das auch so leicht schaffen oder ob das länger dauert ein jetpack takes you to a new level of wormicide you literally become death from above it's really rather exhilarating isn't it always have a widdle first though also unlimitiert also Und jetzt habe ich auf die Zinschneid. Was ist das? So, das haben wir jetzt auch geschafft. Können wir ja noch eins machen. Drei Dinge an einem Part, das ist schon was Schönes, ne? Ja, 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 ja. So, wo ist es mit der Kiste? Luftangriff. 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 Was macht ihr? Was macht ihr? So, ich muss mal hier vormitteln, nochmal die Bunkerbombe, mach mal hier einen hier ganz runtergekommen, mal gucken ob die es jetzt ganz runterkriegt, na wir haben zwar nicht den getroffen den ich angewählt habe, aber wenigstens eingetreten, das ist ja was gutes, mal gucken was da hinten ist. Noch erwische ich den nicht, aber noch bald werde ich den erwischen. Jetzt. Weiter, jetzt darf ich den gleich mal wegkommen, da habe ich einen getötet. Napallenluftankräfte sichern. Na, ich hätte anders laufen müssen, ich laufe nur hier runter. Soll ich mich rum? Geh doch mal drauf, du dumm Kopf. Geh doch mal drauf. 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 Ja, so macht es Riechen. Boom 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 boom. Jetzt müssen wir auch den endlich mal kriegen. Ja, und da fliegt dann noch ein Feuer rein und da noch. Oink oink. So, machen wir das hier. Ja, also, ja. Bunkerbombe finde ich ein bisschen. Bunkerbombe, ja, aber ist wichtig, ja. Ne, da ist noch so ein Ding. Ah, hier. Bunkerbombe. Und du die hier unten hin. Wer ist jetzt? Die feste ich durch. Weiß nicht schlimm. Ah, ich kann das ja jetzt noch nehmen, wenn ich nichts anderes machen. Hätte das ja eben gerade jemand runtergefallen. Ach, da wurde hier runtergespült. Das war meine Mama. Ich meine Mrs. Klinge. Fail. jetzt aber es ist gar nicht in der nähe war es ist So, mit den anderen mit der Bunkerpumpe. Ich muss nur noch drücken machen, was ist denn da oben drin? So, mit den anderen mit den Bunkern. Ach egal. Da kommt mir schon auch so was ähnliches drin. Irgendwie komme ich schon nicht drauf. So, mit den Bunkern. So, mit den Bunkern. Nein, nein, nein. So, mit den Bunkern. 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 So, das war das letzte für diese Folge. Bis demnächst mal. Tschüss. Bis dann. So, mit den Bunkern. 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 So, mit den Bunkern.